so eine wunderschöne herzlich willkommen zu klicka hero ja aktueller stand sieht wie folgt aus folgendes wir haben ein kleines aber feines problem ja 950 fucking 1000 hero souls das ist fast das weinhalbfache von unserer vorherigen wir erinnern uns hier 400 und jetzt haben wir einfach mal ja 950 also wie sagt das doppelte wäre hier nach der siebten ist händchen gewesen da hätten wir 800 gehabt das doppelte gewesen aber da ging dann doch noch mehr es wird jetzt auch langsamer merkt man schon man merkt hier abstufung 100 ungefähr hier nur noch 70 50 ungefähr ja jetzt aber folgendes das jetzt ist ja die letzte folge für diese woche und ab nächster woche würde ich das so machen nur noch einmal in der woche wohl mehr lohnt sich einfach nicht mehr weil wir sind schon jetzt einfach ewig lang ich habe übrigens unseren alten rekord gebrochen wir haben jetzt 91.000 also der alter speicherstand 88.000 ja wir haben es noch nicht auf sila alle hier auf auf matsi geschafft sondern nur auf sila den dafür fast auf level 100.000 mal gucken in der nächsten transsension können wir vielleicht schon auf matsi gehen ja so was ich eigentlich sagen wollte ist wir werden diese folge tatsächlich transsenden weil nächste essentie würde eh nichts mehr bringt wenn du das noch ungefähr so 20 bis 30 euro souls das bringt bei über 400 über 550 euro solltet ihr jetzt bekommen mehr also als faktor man ihr wisst was außerdem wie gesagt will ich nächste woche also ab nächster woche noch einmal die woche aufnehmen und dann schließen wir das jetzt mit einer sauberen transsension ab und dann sehen wir uns ab der nächsten woche immer zu einer transsension wieder das heißt ich werde halt zwischen den folgen halt beliebig senden werde aber versuchen nur einmal pro woche zu transsenden das heißt ich lasse die transsension sehr lange laufen und nehme die dann halt immer auf das heißt wir haben quasi pro folge eine transsension und gucken dann immer wie weit wir jeweils mehr haben als davor was einfach jetzt schon kopf absolut auf apostrophisch ist wie gesagt wir haben hier aktuelle werte hier plus 40 hier plus 80 hier jetzt plus 200 und jetzt plus 550 sehr der skelett quickly gut lange rede gar kein sinn wir senden bekommen jetzt stolze willst du mich verarschen äh ja stolz ist 2800 ancient souls ich sag mal okay ähm transsenden dementsprechend auch gleich mal booyah dann können wir uns gleich mal fisch gehen nehmen dankeschön den nehmen wir dann als startbonus was jetzt nicht so viel bringt machen wir hier gleich alle sieben autoklicker drauf dankeschön so und wir gucken mal was wir hier mit dummes anstellen können ähm hier hier lohnt sich genau genommen nicht wirklich was ich kann den jetzt mal auf 200 bringen ganz ehrlich kostet ja nicht zu ich könnte ich sogar schon auf 400 bringen ganz ehrlich macht wahrscheinlich aktuell sogar am meisten sinn so dann gucken wir mal ihn hier nochmal 20 level geben das sind 250 meinetwegen ähm kommen wir machen brauchen wir nicht abnehmen brauchen wir nicht die unten da gebe ich dir nochmal 30 also äh auf 30 und euch beide geben ich mal auf 20 so dann haben wir leg mich am Arsch so dann haben wir hier unten schon mal mindestens alle auf 20 und der 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 Zeit am wichtigsten ist barbus den haben wir auf level 30 so alles andere ist komplett egal weil hier geht es um prozente und mehr als 100 prozent geht es sowieso nicht und die haben wir bereits auf entsprechendes level von daher können wir die beide getrost vergessen sollen wir gucken uns mal hier oben weiter um ich würde ganz gerne es bringt zwar kaum was aber ganz ehrlich hier noch mal 10 level rauf geben und dann würde ich mal sagen der dresd lassen war so erst mal dann kann ich gucken wenn wir zwischendurch wenn ich zwischendurch merke okay es hat doch noch an der einen oder anderen stelle dann kann ich da noch mal gezielt nach würzen so ist das erst mal in ordnung gut so lang lang voran hier was hier los du würdest mich doch jetzt hier nicht traurig machen oder okay jetzt haben wir quasi die vierfache dps stärke von der transzenten davor das heißt die ist erstes händchen sollte jetzt selbst kommt also komplett ohne alles also komplett ohne outsider komplett komplett ohne märzchen helfen die denn mann also hier ohne söldner warum war alles nicht mehr definitiv nicht mehr so weißt du was du gehst mal weg du gehst mal nach da dann machen wir hier auto leveling das lohnt sich mittlerweile wäre es echt am sinnvollsten am anfang vielleicht auf kuma bakamaru zu gehen müsste ich aber eine quickes händchen machen und das lohnt sich nicht ganz ehrlich 50 hibos 50 rubin dafür auszugeben und hell zu brauchen zu holen der uns letztendlich kaum noch mehr bringt als wir so schon haben ich glaube dass man sich einfach nicht mehr wir können alles komplett sein wir brauchen gar nichts mehr wir haben einfach von uns aus schon so eine fucking power wir brauchen einfach gar nichts mehr ja einfach gar nichts so dann kommst du jetzt nach da habe ich da gerade beim boss ein kleines schwächler anfall kleinchen gesehen der jener kurz ein bisschen unter mit der geschwindigkeit ich will konsequente instackels haben du kurensohn und haben wir auch gleich auf 25 123 und auf den nächsten bitte da können wir schon mal die oberen alle nachleveln ähm das heißt du bitte auf 150 du auf 100 du auf 125 und die anderen drei auf 75 so du auch auf 75 123 123 123 hat nicht funktioniert so alle upgrades einmal kaufen jetzt haben wir noch mal super super mehr stärke als davor ist ja nicht so als wenn es uns an stärke mangelt irgendwie ne alter selbst die bosse die rasen einfach nur noch durch ist schön 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 sehr schön so du kannst mal fern machen hier sonst level ist noch viel zu weit 150 ist quasi quasi schon zu weit ein 2 2 und 1 1 so dann immer schon die upgrades kaufen hier ja da ging mit dir warum furchtest du mir ins handwerk du das so da war ich nicht schnell genug so du kommst dann mal nach da ja genau okay kommt gleich noch da so so und dann waren wir jetzt nach so 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 danke 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 so 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 sehr schön das sind alles 100 okay irgendwann merke ich mir das wenn ich es sehe fällt mir immer wieder ein dass das die 400er sind aber ich werde mir wahrscheinlich nie merken ich würde immer da sitzen auch das sind die hunderte interessant so 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 mich verarschen weg da geht doch genau das wollte ich so da passieren wir auch schon gleich level 80 sehr schön ach ja ein wunderschönes leben wie die ganze zeit nur kaufen zu können ich wünsche so wäre es aber auch im echten leben dann sicher man so das sehr schön schwupp na komm genau damit haben wir unsere beiden geschwister hier der gelbe und der blaue auch schon durch constructor da ist auch schon am hopp der kleiner katt der kleine kathin cover war natürlich casino sagen casino war und dann zum heulen einfach nur zum heilen ich habe sich bei level nach zu kaufen das geht es doch gar nicht kann denn da passieren 821 hat doch noch zu lange macht lieber so ja so damit wir auch ja nicht aus der phase auskommen und schon passieren wir gleich level 100 hat überhaupt nicht wehgetan kein bisschen einfach herrlich so kommt ihr auch gleich atmen er hat mir doch schon hier mann froth lief da ist schon mal der vorreiter von froth lief und kurz danach konnte froth lief sehr schön das ding ein husus so armen haupt 100 level die anderen auf 75 wobei es glaube nicht reicht das sind alles 100 da so hier oben haben wir jetzt auch alles noch mal fast check sehr schön nichts schwarz mehr dabei so dann kommt es ist auch ein hunderter hier was hier los so viele hunderter gibt doch gar nicht ach da ist ja schon froth lief mal schauen mit dem habe ich ja gar nicht mehr gerechnet das geht einfach so schnell die kinder werden so schnell groß der erste pfeil weiter wir haben beim ersten anwärten wir haben schon ein paar pfeil bosse gab dachte schon wir haben allein beim ersten hier schon 1 6 apropos alter wir haben einfach mal 20 transgression power weil ihr mich ficken wir haben ja schon fast die 25 prozent 25 schluss höher geht nicht ich verarschen scheiße stimme fällt es gerade erst mal so auf wir haben 1000 erreicht also so fast also angenommen wir bekommen also jetzt nur mal ganz positiv wir bekommen jetzt die nächsten beiden transgression jeweils gerade mal das doppelte der jeweils davorigen dann heißt das in der nächsten transgression also der jetzigen transgression die wir jetzt gerade machen kommen wir dann auf e2000 und in der nächsten schon auf e4000 dann habe ich ja quasi schon meine mobile version eingeholt okay kein kommentar ja kein kommentar was soll er scheiße ich habe angst oh mein gott oh mein gott also ich hätte echt nicht gedacht dass wir im let's play so weit kommen das ist doch nicht mehr normal ist das hallo so okay bevor wir man das da danke also und dann so das wird aber nicht reichen genau da kommt noch ein update sehr schön jetzt haben wir alle noch nicht hier fehlt noch eins sehr schön so jetzt haben wir aber alle 25er drin also noch 125 interessant so aber jetzt haben wir hoffentlich alle sachen drin gut dann können wir jetzt noch mal hier zehn level nach pumpen und dann machen wir 25 schritte dankeschön dankeschön und das war's jetzt kommt eigentlich zurücklehnen und entspannen ja gut andererseits bringt es auch nicht mehr weil wie gesagt ab 150 aber 150 kommen wir denn sowieso keine primal bosse mehr von daher und wir haben jetzt schon einfach mal 3 e6 das ist der effekt von transition power die wir einfach mal auf fucking 20 geprügelt haben das ist doch so abartig das ist so abartig schön 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 ja wie sagt man dazu blut raus irgendwie so ich weiß ja auch nicht und wir haben nichts gebraucht keine söldner keine 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 nichts einfach gar nichts einfach pure power das ist krank das ist echt krank das ist das ist krank alter das ist einfach noch krank kompletten mich interessieren uns gerade eh nicht mehr aber wie sagt jetzt komme ich keine primal bloße mehr kompletten wir sind einfach feiern hier warm so zu allererst zu allererst ok ausschalten nach kummer wakamaru hat man auch meinetwegen wo ist dieser kummer wakamaru hallo wir können doch eigentlich mittlerweile auf die hier gehen was tue ich eigentlich kommen ficken so äh hätte was auch geklärt ok ähm gut ich würde mal sagen einmal klicken müssen wir da geht zwar leider der idle raus ok das heißt wir müssen ein bisschen weiter klicken und zwar so lange bis wir 49 haben frohes kummer wakamaru dauert mir alles zu lange äh das kriegen wir locker auf level 15 so minus 11 monster klingt vernünftig klingt sogar sehr vernünftig ähm weil warum eigentlich ich kann einfach im aktiv modus bleiben ist ja egal jetzt wollte ich hier passiv spielen obwohl es überhaupt nichts bringt passiv ist ja nur dafür da damit ich dann später die dinger hier einsetzen kann die ja dann sowieso auch passiv sind aber die ersten essentiellen sind noch gar nicht so lang dass es irgendwas bringen würde so admin die bringen wir auch gleich mal auf level 15 alle anderen rechnen dann auf level 10 aber das machen wir erst später erst mal damit wir hier nicht einpennen würde ich mal sagen einmal so einmal so einmal so einmal so einmal so und warum macht das überhaupt schon wieder ich kann doch gleich einfach auf 200 gehen so 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 wie war es ich komme nicht hinterher das geht doch gar nicht alter ich würde bleib doch mal unten hier oh ey hallo kannst du jetzt mal bitte klicken ich würde klicken danke Gott das ist so schnell das geht mir auch nicht das geht nicht du hast du nicht in Ordnung du hast du nicht in Ordnung du hast du nicht in Ordnung so wir haben breit level 100 geknackt das ging schnell das ging schnell so upgrade und dann können wir hier direkt dich holen und dich holen und danke schön und dann Finger auf halt Finger auf abzug ich wollte 25 wieso machst du nicht 25 und ist in gott verdammt so jetzt gibt ein bieter sehr schön so achso halt muss dann über 100 level nachkaufen ha ich will aber nicht das ist aber so lange danke 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 ach mein Nähchen danke 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 und danke und danke dann kommt dann kommt Sir Gage Mark IV warum ich diesen Namen aufgeschnott habe achso Quatsch Mark IV klar Sir Gage Mark IV ist der Typ also Sergeant Mark IV der Brudelgum entwickelt hat könnte ich das schon vergessen schlimmer ich bin enttäuscht von mir so jetzt wo das hier läuft können wir uns mal um unsere Dinger hier kümmern ähm wie war das die steht wohl gleich auf die Level 400 irgendwie so wartet doch sieht gut aus ähm da so dann unsere Goldies das wird gleich ein Geldbuß hier bringen so wo ist denn hä hä hab ich jetzt grad hier oben ja so na wobei 2000% ist noch nicht so viel da definitiv noch besser aber das halt erst in der nächsten Essential gut die brauchen wir eigentlich noch nicht ist egal ähm die Eiler sind grad auch kackegal wer wichtig ist ist Jaggernaut der Typ der kommt mindestens auf Level 100 und dann gucken wir mal weiter ja können wir machen ja können wir auch machen lass ich das mal so hä aber können wir doch hier doch locker schon weiter gehen ja können wir auch ich lass mal auf 800 1 2 3 4 ne komm wir können direkt auf 1000 gehen hier wird nicht gekla... was hier wird nicht gebl... Widerspruch? ist auch egal so die... ach komm den unteren Typen die lässt sich aber so weil der ist ja bloß für Golden Klicks und Golden Klicks bringt uns noch nichts die lassen wir also so so jetzt kommen die ganzen hier die Fischer die eigentlich äh ne obwohl die nichts kosten also zumindest so lange wie sie auf Level 10 lassen mach ich da auch schon mal alle was du heute kannst besorgen das verschiebe lieber auf morgen so ungefähr so äh äh Alter 4000% Treasure Chest okay ich meine klingt klingt weniger äh klingt mehr als es ist weil 4000% heißt grad mal dass wir jetzt insgesamt 41% haben also das ist eher so gar nichts also okay doch schon ich meine sie ist jeder zweite Monster äh jeder zweite Monster ist bereits ein Viech äh ne Kiste aber es ist halt jetzt noch nicht so krank wie als wenn direkt 100% wäre am Anfang hast du halt nicht du bist egal du kannst du kannst du kannst du hast bleiben wo der Pfeffer wächst wo sind die anderen hier fehlt mal achso hier unten genau 1 2 und 3 so dann müssen wir alle haben ein Hubi grad mal das aber wenig so müssten wir eigentlich soweit jetzt alles haben genau Kumawakamaru so und nach Kumawakamaru kam denn die anderen 3 die wir jetzt hier unten genau alles in Ordnung grad mal 9% ne 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 jutschen dann können wir jetzt auch langsamer anfangen hier ein paar Gilds zu gilden open all so ich muss erstmal hier raus gehen sonst wird das hier hässlich äh bumm und jetzt bitte alle auf Frost ach man frostlich äh das ergibt dann ach legt mich doch am Arsch ach noch ein Fisch was hier los schon wieder nur ein Gebiet das war aber traurig so das ergibt dann ujo 1 e 5% damage also das 1 e 3 also das tausendfache an damage na es geht es geht es könnte besser sein ach ist das krank vor allem das Schöne ist dadurch dass wir keine Quick Ascension gemacht haben stimmen jetzt auch endlich mal die Ferte überein ne jetzt ist richtig 0 1 2 3 4 und so weiter und so fort bis zu 128.000 mal gucken wie viele Ascension es überhaupt werden weil jetzt ist halt Samstag morgen nehme ich sowieso nicht auf nächste Woche nehme ich nur eine Folge auf da ist aber dann die Frage wann ich aufnehme wenn ich bereits Montag oder Dienstag aufnehme dann dürften es so ungefähr so Maximum 10 Ascension sein wenn ich aber mit dem Aufnehmen wirklich bis Freitag warte dann könnte es halt auch schon 20 Ascension werden mal gucken ich mache halt so lange bis irgendwann nicht mehr kommt und äh also bis ich nicht mehr kommt nein bis hier nichts mehr kommt und dann äh dann 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 gucke ich mal ob ich da eine Transzende ob es dann Sinn macht wie ich grad Zeit habe hab mir denn eine ganze Woche Zeit für die Folge von daher genau YouTube in dem Sinne ähm ähm ist noch was zu machen hab ich noch was vergessen nö eigentlich nicht läuft alles soweit grad mal minus ein Monster pro Zone das ist wenig das ist echt wenig das geht so gar nicht Junge das kann man so nicht anbieten okay ich bitte dich das ist das ist das ist das ist das ist das ist schön schön gefällt mir gefällt mir sehr gut gut dann in dem Sinne äh schaum und dann ja würde ich mal sagen die Wurzel bald mal also nächste Woche dann äh wieder also für euch kommt die Folge wahrscheinlich werde ich es so machen dass die Folgen immer montags kommen das heißt für euch kommt die Folge sowieso bereits in zwei Tagen ähm wenn ich dran denke werde ich auch immer bei den Folgen sagen an welchem Tag genau ich sie aufgenommen habe wenn nicht dann nicht ähm keine Ahnung äh ja ist ja auch egal okay gut in dem Sinne dann äh schaum v und dann sieht man sich wieder irgendwann und dann äh ja tschö